ja hallo herzlich willkommen hier wieder zurück bei fuck right primal letzte folge haben wir uns ja hier unser schönes haustürchen gezähmt ja feine junge ganz treu doof ist er jetzt uns und ja ich weiß gar nicht was wir jetzt machen müssen als nächstes aber wir machen es einfach mal hier weiter ich hoffe es gefällt euch wieder mal hier bei mir die letzte folge war ein bisschen kurz muss ich sagen weil da habe ich leider vergessen die zeit zu stoppen ich dachte schon erwittert jetzt irgendwas aber das wird sich jetzt wieder ändern also so ich habe jetzt mal so angesetzt so 30 bis 45 minuten irgendwie so in dem dreh wird jede folge jetzt auf jeden fall kommen ja auf jeden fall wird auch jeden tag mindestens eine folge kommen für euch ich will euch ja nicht zu lange warten lassen vielleicht mache ich auch mal zwei folgen schauen aber geplant ist auf jeden fall erstmal eine so jetzt wollen wir erstmal gucken töte die u damen in der nähe halte rechte maus hast du gedrückt und rücke g und deine bestie auf ein neues ziel zu erhitzen ich bin so hin und her schicken ok dann wollen wir erstmal gucken wir sollen hier irgendwo um die ecke sein äh befehl dann weiß wo auf die u damen zu töten halte rechte maus hast du gedrückt und rücke g und deine bestie auf ein neues ziel zu hetzen halte alt gedrückt deine bestie zurück zu ok also wir können sie auch zurück so gucken wir jetzt mal versucht man das mal bis Ok cool, drücke B um das Bestienmenü zu öffnen und alle zähmbaren Tiere einzusetzen. Ok. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen oder deinen derzeitigen Begleiter wegschicken. Einige Bestienmeisterfähigkeiten erlauben es dir neue Bestien zu zähmen. Also kann man doch mehrere haben. B. Ah, hier, B. Ok, also ich habe jetzt den Weißwolf. Seltener Streifenwolf. Jetzt zähmen wir ein Ohr aus. Normaler Wolf, seltener Rothund oder Rothund. Ok, später. Jaguar. Seltener schwarzer Jaguar. Leopard. Höhlenwolf. Geil. Äh, Höhlenlöwe. Ups. Seltener schwarzer Höhlenlöwe. Ein Dachs. Ok. Braunbär. Säbelzahntiger. Höhlenbär. Schneeblutwolf. Schneeblutwolf. Nicht verfügbar. Blutfang. Säbelzahn. Großer Narbenbär. Interessant. Das seltener Streifenwolf ist stärker als man jetzt, ja? Immun gegen Feuer. Ok, der ist schwach. Die anderen sind so, naja. Krass. Der ist noch besser. Naja, das kennen wir doch, oder? In ein Leuchtfeuer, oder? Ja, das kennen wir doch mit der Schnellreise. Toshi. Jo. Ok, Bevölkerung 8. Ralf. Was muss ich jetzt machen? Hier ist eine Hand. Wenn ihr helfen. Eskorte. Bringe eine Gruppe, wenn ihr in Sicherheit. Ich muss doch jetzt wahrscheinlich das machen, ne? Gehe ich mal so. Ich pack von aus. Setzen wir mal einen Wegpunkt. Gehen wir doch einfach mal hin. Aber was ist das? Das ist ein unbekannte Ort. Erkunde diesen einzigartigen Ort und entdecke das Land der Oros. Na komm, machen wir doch erst mal das. Das liegt näher. Da kommt der jetzt eigentlich einfach, ne? Egal mit einer Brüe. Ah, der vertreibt die. Oh, du fällst mir das. I love you. Ich glaube, mein Wolf. was ist das gefällt mir das ist cool der knurrt einem und vertreibt die nicht richtig richtig nahe ist ohne scheiß was für eine höhle mir fehlt hart holz hier kein hart holz was los was hast du jetzt schon wieder ja 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 feiner junge ich finde das toll richtig geil So, sind wir von der Mission hergekommen. Ja, genau. Hartholz. Da vorne haben wir noch was Hartholz. Fisch. Ja. Oh. Jetzt können wir eine Keule herstellen. Zweite können wir nicht herstellen, weil wir keinen Feuerstein haben. Was kommt? Hackeln. War das noch? Ja, dachte ich mir. Was ist da? 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 immer noch mit der bestie Oh, 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 oh. So, aber wie kann ich dir jetzt zum Beispiel, wenn ich dem jetzt sagen will, verschwinde, wie kann ich das machen? Ah, jetzt ist die, ah, jetzt ist die weg. Ah, fast still. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fuck. Fuck. Das war jetzt aber schon heftig. Nee, nee. Nur sechs Leute wandert das aber schon. Krass. Okay. Wollten wir eigentlich hin? Wir wollten eigentlich hier... Ach, jetzt habe ich hier oben eine Mission. Venya-Ereignis-Rettung. Hütte die Einreinlinge und rette die Gefangenen. Venya. Ich wollte hier unten hin. Ja gut, dann mache ich das jetzt als erstes. Karte, guck mal. Geil. Gefällt mir. Okay. Machen wir jetzt die Venya-Rettung. Ich merke schon, ein Freund von mir sagt er noch... Darf ich dir einen Tipp geben? Einen Tipp geben. Ich sage, nein, du spoilerst mich nicht. Er sagt dann, nein, 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 ich will dich nicht spoilern. Aber sammle alles ein, was du kannst. Das ist schon vorbei. Oh, Naltai. Das ist ein Freund. 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 Okay, also wie es aussieht. Entwicke ich mich hier zum Häuptling. Oh, ich habe da Fleisch. Oh, ich habe da Fleisch mehr. Fleisch. Sollte ich vielleicht ein bisschen jagen gehen. Ah, ich habe da Fleisch mehr. Oh mein Gott. Oh Gott, Schott! Fehler. Ja das war ein Fehler. Shit. Holy shit, das war ein Riesenfehler. Boah, merken? Kein Mammutangreif. Nein, 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 nein. Shit. Aber irgendwie, genau, er sagt ja, ich kann ihn wieder beleben. Ich muss das gleich machen. Boah, shit. Holy shit. Die Wildnis ist gefährlich, krass. Holy moly. Wo ist mein Wolf? Boah, Digge. Okay, machen wir das gleiche nochmal. Nur diesmal besser. Ja, diese unbekannten Orte. Ich weiß nicht, wie ich bei dem einen Ort hier hinten dieses Gestrüpp da wegkriege. Ich weiß nicht, wie ich. Boah, das ist mal ein Freund von mir. Boah, ich hätte ihn fast getötet jetzt. Ey, wo ist mein Wolf? Der verfuckt ihn. Das Herz verstoßen. Boah, ich habe meine Häufung gebracht. Nee, not really. Boah, ich habe meine Häufung. Boah, was ist das für ein Hirsch? Ich glaube, ich greife erst mal kleinere Sachen an. Ich glaube, ich muss erst mal kleinere Sachen angreifen. Ich bin mir dazu übermütig. Ich bin mir dazu übermütig. Ja, Wolfi, wo rennst du rum? Du machst erfolgreich. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich. Ja, das war's. Shhh. Oh my. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Geh, Geh, Geh! Vielen Dank. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Ah, ah. Ah, ah, ah. Oh 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 Oh